UNTERTITELUNG UNTERTITELUNG Und sie sofort zurück! Irgendein Typ kommt hier rein, nimmt sich unsere Kohle und haut dann ab in deiner Karre. Los, und jetzt raus da! Das ist meine einzige Möglichkeit, nach Hause zu kommen. Du versuchst, mir meine Frau und meinen ungeborenen Sohn wegzunehmen. Dein Mann ist ein Drogenboss. Er hört niemals auf. Ich will, dass jeder Crackhead und jeder verdammte Gangbanger da draußen nach ihr sucht. Er bringt mich auf. Ich werde diesen Bastard selbst umleben. Hättest dich anschnallen sein. Lass uns Spaß haben!